Wie gerne würde ich so gut Skifahren können. Diese Jungs sind so gut im Snowboarden. Toll! Ich hatte so viel Spaß. Es ist eiskalt heute. Sollen wir etwas Heißes zu trinken holen? Ja, los geht's. Sollen wir hier einkehren? Was sagt ihr dazu? Oh, das sind die Jungs von vorhin. Was für ein Zufall. Leute, ich komme nicht mit. Ich brauche ein heißes Bad. Okay, Marie. Wir sehen uns heute Abend. Bis später. Also Stefan, was möchtest du bestellen? Ich glaube, ich nehme etwas zu essen. Das Fahren hat mich schon hungrig gemacht. Verzeihung, wir möchten gerne bestellen. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Hallo. Ich hätte gerne eine heiße Schokolade mit Sahne. Ich nehme auch eine heiße Schokolade. Aber ich würde auch gerne etwas essen. Können Sie mir sagen, was für Torten Sie haben? Also, wir haben natürlich Schwarzwälder Kirschtorte. Aber auch Berliner Ballen, Bienenstich und Baumkuchen. Ich nehme die Schwarzwälder Kirschtorte. Danke. Gut, ich danke Ihnen. Ich komme gleich mit Ihrer Bestellung zurück. Der Typ in der gelben Jacke war wirklich gut im Snowboarden. Und er ist auch so nett. Wenn ich auch Ski fahren könnte, könnte ich mich mit ihm anfreunden und ihn kennenlernen. Stefan, ich bin gleich wieder da. Warum kann ich nicht? Warum? Hey, hallo. Hallo. Ich heiße Hans und dort am Tisch sitzt mein Freund Stefan. Hallo. Ich bin Sophia. Hallo Sophia. Schön, dich kennenzulernen. Hallo Hans. Freut mich. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht umhin, deinen traurigen Gesichtsausdruck zu bemerken. Stimmt etwas nicht? Was ist passiert? Es ist nichts. Ich habe euch vorhin beim Snowboarden zugesehen und ihr seid so gut. Ich habe schon mehrmals versucht, Ski zu fahren, aber ich kann es nicht. Ich habe Unterricht bei einem Lehrer genommen, aber ich falle ständig hin. Und das macht mich traurig, weil ich wirklich gerne Ski fahren würde. Klar, ich verstehe. Sag mir, hast du schon mal Snowboarden ausprobiert? Ich bin auch nicht so gut auf Skiern, aber auf einem Brett ist das eine andere Geschichte. Nein, ich habe Snowboarden nicht wirklich ausprobiert, aber ich habe es aufgegeben. Ich glaube nicht, dass Wintersport etwas für mich ist. Oh nein! Warum versuchst du es nicht? Du kannst mit uns üben, wenn du willst. Wir kommen jeden Morgen zu dieser Piste. Aber spät am Morgen. Weißt du, ich schlafe gerne aus. Danke, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich dazu in der Lage wäre. Okay, wie du möchtest. Wenn du es dir morgen früh anders überlegst, wir sind hier. Tschüss, ich wünsche dir einen schönen Tag. Gleichfalls. Tschüss. Hey, alles in Ordnung? Ja, ja. Ist der Kuchen gut? Er war wirklich nett. Vielleicht hätte ich annehmen sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du sollst wissen, dass unser Hans gestern, nachdem du gegangen warst, eine junge Frau beeindruckt hat. Ach, was du nicht sagst! Und wer ist sie? Sie war wirklich nett. Sie saß an der Terrasse des Chalet, in dem wir einkehrten. Sie hatte einen etwas traurigen Gesichtsausdruck, um ehrlich zu sein. Aber es brauchte unseren Hans, um das Lächeln zurückzubringen. Ihr zwei, hört ihr wohl auf, euch über mich lustig zu machen? Komm schon, das ist ein Witz. Sag mir, wie sie heißt. Worüber habt ihr gesprochen? Ich sprach sie an, weil sie sich schlecht fühlte. Sie erzählte mir, dass sie nicht Skifahren gehen konnte und deshalb traurig war. Also lud ich sie ein, sich uns anzuschließen und Snowboarden auszuprobieren. Aber sie hat mein Angebot abgelehnt. Vielleicht war ich zu direkt? Aber nein, das hast du gut gemacht. Du wirst sehen, sie wird ihre Meinung ändern. Jetzt lasst uns nach unten gehen, denn sehr schlechtes Wetter zieht auf. Ich wette, es wird einen Schneesturm geben. Was für ein schlechtes Wetter. Die Wetterprognose zufolge wird das Wetter noch zwei Tage schlecht sein. Wer weiß, ob Hans und seine Freunde wieder in diese Gegend zurückkehren werden, um Ski zu snowboarden. Wetterprognose zufolge wird das Wetterprognose. Oh, da sind sie. Hey Sophia. Das ist Sophia, die ich vor ein paar Tagen hier im Chalet getroffen habe. Sophia, das sind meine besten Freunde, Stefan und Marie. Hallo zusammen. Hallo Sophia. Ich weiß, dass du gerne Skifahren lernen würdest. Wir fahren schon seit Jahren Snowboard. Hans hat auch schon ein paar Wettbewerbe gewonnen. Er wurde einmal Zweiter und einmal Erster. Ich hingegen stand nur einmal auf dem Podest, als Dritte. Es war so aufregend. Wow, cool. Aber wie ich schon zu Hans gesagt habe, bin ich nicht sehr gut darin. Ich falle ständig hin. Ich bin wirklich schlecht darin. Aber wir können dir helfen. Ich leihe dir mein Snowboard, damit du es versuchen kannst. Was meinst du dazu? Vielen Dank. Du bist sehr freundlich. Aber ihr lacht mich nicht aus. Bitte. Na sicher. Es wird Spaß machen. Du wirst sehen. Also, beginnen wir mit den Grundlagen. Wichtig ist, den Körper in einer Linie mit dem Brett zu halten, die Arme offen und entspannt, die Knie leicht gebeugt. Das Gewicht des Körpers ist auf beide Füße verteilt und nur der Kopf ist in Richtung Abfahrt gedreht. Alles klar? Probier es aus. Sie ist wirklich schlecht. Stimmt. Ich habe noch nie eine Person so oft fallen sehen. Sie sind jetzt schon seit zwei Stunden dabei. Es reicht. Ich werde es nie schaffen. Sag das nicht. Noch einmal. Komm schon. Ich weiß, dass du es kannst. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Ich habe es geschafft. Ich glaube es nicht. Ich habe es ja gesagt. Super. Danke für die Hilfe. Ich war überzeugt, dass ich es nie schaffen würde. Machst du Witze? Alles, was du gebraucht hast, waren ein paar Ratschläge und ein wenig Training. Sophia, das hast du toll gemacht. Gib mir fünf. So ist es richtig. Jetzt sind wir alle bereit, zusammen loszulegen. Was haltet ihr davon, wenn wir uns umziehen und diesen Erfolg feiern? Wow, das war unglaublich. Habt ihr gesehen, wie schnell ich gefahren bin? Was haltet ihr davon, wenn wir uns umziehen und diesen Erfolg feiern? Sophia hat das total verdient. Klar, ich kenne einen sehr schönen Ort, der nicht allzu weit entfernt ist. Oh, vielen Dank, Leute. Abgemacht. Wir sehen uns um 19 Uhr. Anscheinend sind wir die Ersten, die hier sind. Ich bin hier. Entschuldigung, ich habe die Zeit vergessen. Keine Sorge, Sophia ist noch nicht da. Zum Glück. Hallo? Hallo, Marie. Hier ist Sophia. Es tut mir leid, aber ich habe den Bus verpasst. Ich komme etwas später. Kein Problem, bis dann. Sophia hat den Bus verpasst. Also lasst uns reingehen und uns Plätze suchen, während wir auf sie warten. Hallo, Leute. Hier bin ich. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Hallo, Sophia. Du siehst heute Abend so hübsch aus. Vielen Dank. Ich möchte einen Toast auf unsere Sophia aussprechen, weil sie gelernt hat, Snowboard zu fahren und ihre Ängste zu überwinden. Danke. Ohne eure Ermutigung hätte ich es nicht geschafft. Ihr seid tolle Freunde. Komm, Sophia. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben beschlossen, dir ein kleines Geschenk zu machen. Wir hoffen, es gefällt dir. Oh, es ist wunderschön. So kannst du jetzt jederzeit mit uns mitkommen, wenn du willst. Ich danke euch vielmals. Wir werden einen tollen Winter haben. Wir werden so viel Spaß haben. Weißt du, Sophia? Ich bin froh, dass ich noch etwas Zeit mit dir verbringen kann. Ich auch, Hans. Hey Leute, in der Stadt gibt es ein Feuerwerk. Seht mal. Möchtest du weitere kleine Geschichten sehen? Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und hinterlasse uns ein Like. Aktiviere die Glocke, damit du kein neues Video verpasst. Hast du noch Fragen? Poste sie in den Kommentaren.